Apache oder Joy Fleming? Oh, das ist fies. Da muss ich mich für Joy Fleming entscheiden. Neckarstadt-West oder Rheinau? Rheinau. Kino oder Theater? Auch unfair. Im Moment eher Theater. Mal was Richtung Sport. Waldhof oder Adler? Adler. Thema Karl-Benz-Stadion. Neubau oder Modernisierung? Modernisierung. Freskasse offen oder gesperrt? Freskasse gesperrt. Rheinterrassen oder Neckarwiese? Neckarwiese. Reis-Engelhorn-Museum oder Technoseum? Da ist es eher das Technoseum bei mir. Bülentschelan oder Chakuhabekost? Das ist sehr fies. Kann man einen Joker ziehen? Enthaltung? Es sind beides Freunde. Insofern will ich keinen enttäuschen. Ein kühles Eichbaum oder eine schöne Rieslingsschorle? Ein kühles Eichbaum. Okay.